Diese Veranstaltung hier im Deutschen Haus ist eine ganz kleine Kopie von Frank Zander aus Berlin, wo ja seit 25 Jahren eben die Bedürftigen Gänsekeule bekommen. Und wir haben uns gedacht, wir haben ein eigenes Haus hier in Flensburg. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele Bedürftige gibt in Flensburg. Und die haben in den letzten 14 Tagen mit der Tafel Flensburg in der Zusammenarbeit auch mit den Johannitern eingeladen und es ist zu dieser Veranstaltung gekommen. Es war einfach schön zu sehen, wie man in einem so besinnlichen und sehr ruhigen Rahmen so viel Gutes tun kann und den Menschen, die es nicht so dicke im Portemonnaie haben und denen es vielleicht gar nicht richtig gut geht, sehr viel Wertschätzung entgegenzubringen. Das ist einfach etwas, was zu Weihnachten dazugehört, zusammenzukommen und miteinander wirklich Wertschätzung zu geben. Was ich aber auch besonders bemerkenswert fand, war, dass viele Helferinnen und Helfer heute hier zusammengekommen sind. Die meisten kannten sich gar nicht untereinander und man ist ganz, ganz schnell zu einem Team zusammengeschmolzen und hat hier Hand in Hand die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bedient. Heute standen die Menschen, denen es nicht so gut geht, hier mal im Mittelpunkt. Sie wurden von uns wertgeschätzt. Wir haben uns miteinander gut unterhalten. Es war wunderschöne Musik geboten. Also genau so muss Weihnachten eigentlich sein. Also es war sehr toll. Also ich finde das toll ins Allgemeine, dass sowas für Leute gemacht worden ist, die nicht wirklich viel Geld haben und sich sowas nicht leisten können, sodass auch an den Kinder gedacht wurde und dass es einfach ein wunderschöner Abend war und alles einfach wundervoll war. Also es war echt toll. Diese Zusammenhalt, man hat nicht das Gefühl, bedürftig zu sein, sondern man ist willkommen. Dafür möchte ich einfach mich nur mal bedanken.